Ein riesen Geheimnis hat Ricarda um ihren neuen Freund Patrick gemacht. Es war super spannend und alle wollten wissen, wer er nun ist. Immerhin ist er der Neue an der Seite von Ricarda. In der Show Love Island gehörte Ricarda ganz sicher nicht zu den beliebtesten Kandidaten. Trotzdem hat sie da ein paar tolle Menschen kennengelernt. Mit denen verbringt sie nun viel Zeit, wie zum Beispiel mit Melissa. Als sie neulich gemeinsam unterwegs waren, hat Ricarda ihr dann alles erzählt. Sie hat ihr sogar Patrick gezeigt, wie nun Melissa bekannt gibt. Also doch keine Geheimnisse unter den Mädels. Jedenfalls ab jetzt ist es offiziell, Patrick ist ihr neuer Freund. Melissa sagt im Interview folgendes. Ich war mit Ricarda unterwegs und sie hatte mit ihm telefoniert. Da habe ich ihn kurz über FaceTime gesehen. Wie findet ihr es eigentlich, dass Melissa und Ricarda so gut befreundet sind? Und wer war euer Liebling in der Sendung? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr das Blöckchen aktiviert. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.